Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zur Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Alliierten. Genau Leute, wir waren beim letzten Mal hier in dieser unterirdischen Waffenfabrik angekommen und... Nein, 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 nein. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir hier mal weiter. Ja, wir müssen hier diese Sprengladung platzieren. Und zwei davon haben wir schon. Ne, drei haben wir schon, genau. Drei haben wir schon, Leute. Allerdings wird der zweite Teil der Mission jetzt übel. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen, weil ich kann mich da noch an eine Szene erinnern, die ziemlich heftig war. So ein Kackhund wieder. Verdammt nochmal, ey. Können wir das überhaupt noch schaffen mit den vier Männchen? Tö, ich weiß es nicht. Aber gut. Ach du Heilige, da kommen... Da läuft noch einiges rum, ja. Da steht auch noch was. Jetzt heil den doch mal endlich. Oh Gott. Das wird richtig knapp jetzt, Leute. Oh, schaut mal hier. Was ist das denn? Das ist ein Reaktor, glaube ich, ja. Das ist ein Reaktor, ja. Okay. Gut. Oh, der Gründer... Ach, nein, 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 nein. Das ist kacke. Das ist richtig kacke. So. Oh, das war hier so wenig Einheiten zur Verfügung habe. Hier sind auch so viele von denen. Oh, Mann. Verdammte Hacke. Wirklich, ich habe nur noch sechs Einheiten. Und hier laufen Grenadiere und alles rum, ey. Nicht zu fassen, wirklich. Nicht zu fassen. Okay, heute noch 20 Minuten. Der heilt nicht, ne. Dieser Arzt. Das ist ein Assi-Arzt. Wirklich. Setz dich im Arsch jetzt hier. Los. So. Gut. Alles klar. Jo. Alter. Natürlich. Noch eine Einheit weg. Ich glaube, ich kann das nochmal laden. Chan? Warum heißen die Wissenschaftler Chan? Cool. Gut, dann geht ihr mal bitte nach da vorne. Mach die kaputt. Ah, ne, die laufen weiter. Okay. Alles klar. Ja, wie mache ich das denn jetzt hier? Ich glaube... Bereit zum Einsatz. Jawohl. Wirklich. Invasor von da oben. Und dann können wir die zusammenführen. Ach, du heilige Leute. Wirklich. Ich brauche die alle. Oh nein, da kommen jetzt noch die ganzen... Ach, wie viele Einheiten hier sind. Oh nein, 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 nein. Okay, das war blöd. Ich dachte, das würde den Flammenturm hier kaputt machen. Ja, der ist dann... Okay, dann nehme ich mal diesen einen Invasor hier weg. Um Verwirrungen vorzubeugen. Gut, dann mach die kaputt. Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Mehr Verluste kann ich jetzt hier nicht brauchen. So. 16 Minuten nur noch. Verdammt nochmal, Leute. Gut. Dann ist das das neue Team 4. Und ich muss doch hier jetzt irgendwie diese Leute hier wegkriegen. Wirklich. Wenn die das nächste Mal hier oben hinkommen, sind die kaputt. Natürlich steht da ein Hund vor, ne? Oh, da kommt schon das Gift. Oh je, oh je. Leute. Das wird wieder so knapp. Wirklich. Das wird wieder so sauknapp. So, setz dich mal im Arsch, bitte. Und voll auf den Grenadier. Mach den kaputt. Oh, das war gut. Das war gut, Leute. Speichern bitte. Mission 13. So. Meine Fresse, ey. Da kommt ein Hund. Knall ihn ab. Ich glaube, dann war das hier so, dass dieser Flammenturm kaputt geht. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Huh. Shit. Ja, genau. Okay. Wir können die Einheiten zusammenführen, Leute. Das ist gut. Das ist aber gut. Dann sammelt euch mal bitte da. Dann seid ihr neues Team 1. Und die anderen Sachen sind Team 2 hier. So. Leute. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir könnten das ja doch noch schaffen. Oh. Okay. Na komm, dann. Schießt den ab. Und ihr heilt bitte. Los. Herr Ärzte. Heilt die. So. Gut. Okay, Leute. Dann. Da kommen die Hunde. Warum lasst ihr euch fressen, verdammt nochmal? Sofort. Ihr seid doch bescheuert. Wirklich. Ach. Verdammt. Ich habe nur drei Einheiten. Okay. Nee. Das könnte doch ein bisschen. Das könnte doch knapper werden als gedacht, ey. Was ist hier unten? Leute. Wir müssen uns langsam beeilen. Wirklich. Weil viel mehr Zeit haben wir nicht hier. Ach du. Nein. Noch einer weg. Noch einer weg, Leute. Es wird immer knapper. Äh. Hangar-Geschützt-Turm. Ah. Okay. Krass. Da haben wir jetzt hier einen Flammenturm aktiviert. Okay. Butz, butz, butz. Geil. Jo. Der macht hier für uns alles kaputt. Aber was bringt das? Ja gut, dann lasst du alles kaputt machen. Ich hoffe, dass das noch schaffbar ist, ey. Was zur... Da kommt ein neuer, ne? Ja, genau. Da kommt ein neuer. Sehr, sehr gut, ey. Kriegen wir hier unten Verstärkung? Kriegen wir hier unten Verstärkung? Ja, Sir. In Ordnung. So, macht das Fass kaputt da? In Ordnung. Sehr gern. Ach, ich kann mich da an was erinnern. Jawohl. Hier war so ne Scheißstelle, Leute. Ja, ich tue Arbeit. Ja, ich tue Arbeit. Hier war so ne Kackstelle. Sofort. Ja, Sir. Ich erinnere mich, ja. Oh Gott. Ja, ich tue, ich tue. Ich kann mich erinnern, dass hier ein Flammenwerfer-Mäniken kam. In Ordnung. Sofort. Jawohl. Sofort. Da. Jawohl. Oh, Gott sei Dank. Gut. Ärzte heilen, bitte. So. Alles klar. Oh, cool. Leute, das haben wir. Das haben wir. Oh. Alles klar. Hier ist nur ein Computer. Okay. Gut. Invasor bitte da. So. Eine Sprengladung noch, Leute. Eine verkackte Sprengladung noch. Huh. Ah, okay. Alles klar, ja. Der hat, das hat, der hatte Flammen-Töne kaputt gemacht. Okay, cool. Ja, gut. Leute. Ähm, dann hoffe ich mal, dass jetzt hier oben noch der letzte, ja, Computer ist. Ansonsten wird es schwierig. Weil dann weiß ich nicht mehr, wo ich noch hin kann. Moment. Moment. Ja, kommt mal hier hin. Macht das hier hier oben den Flammen-Ton kaputt, ne? Oder? Sprengladung platziert. Das war eine Sprengladung. Ernsthaft? Okay. Was? Ja, gut. Dann. Schieß da drauf, da los. Oh, gut. Nein! Verdammt. Gut. Baller den über den Haufen. So, los. Was soll dieser Flammenturm da? Verdammt noch mal. Ihr macht mich nervös, Leute. Wirklich. So. Hier ist noch ein Computer. Fünf Minuten. Nein! Ich kann mich nicht wehren. Ich kann mich nicht wehren. Tut mir leid, ich muss noch mal laden, Leute. Verdammt. Shit. Oh, das ist schwer. Das ist eine schwierige Mission, muss ich sagen. Also, dieses Inside-Level ist wirklich shit. Wirklich shit. Okay. Da kommt der scheiß Hund da. Nein. Ach, verdammt. Gut. Was habe ich da jetzt gemacht? Ich glaube, das... Das war hier der. Gut. Dann versuch's. Und versuch's. Ja. Sehr gut. Ich glaube, das war hier der. Der ist hier hingelrannt. Ne? Dann können wir die Einheiten hier zusammenführen. Oh, was soll das denn? Jetzt kommt er auf einmal... Ja, gut. Egal. Gut. Zusammenführen. Oh, Mann, Leute. Das ist eine knackige Mission, ja. Das ist knackig, muss ich sagen. Der Arzt, der kann auch den heilen. Und der Arzt, der kann den heilen. So. Gut. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir haben das so gemacht. 13 Minuten, ja. Das ist heftig. So, gut. Dann stellt euch mal da hin. So. So. Dann heilen, bitte. Die Ärzte hier, sie sind wirklich dumm, ne? Das ist... Sie sind so bescheuert. Aber gut. Ja, dann... Hier war ich. Okay, hier oben. War ich auch schon, ne? Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier runter. Versuchen wir das nochmal genauso gut hinzukriegen, mit dem Flammenwerfer. Oh, nein. So. Dann... Ihr hier hin, ihr da hin. So. Leute. So. Hangar-Geschützturm. Genau. Da unten das Ding. Oh, Arzt. Jetzt heil doch mal. Diese Ärzte hier, ey. So. Leute. Lass den Flammenturm die kaputt machen. Ja, wobei, während der die kaputt macht, mache ich jetzt noch da oben das weg. So. Ganz genau. Wie ihr die Truppe hier, ey. Alles klar. Aber da oben sind viele Einheiten. Da muss ich auch aufpassen. So. Was? Was war das schon wieder? Blöde KI. Wirklich. Gut. Zehn Minuten. Der schießt nicht mehr. Ist in Ordnung. So. Leute. Ähm. Ja. Hier sind noch Einheiten drin. Es ist noch einiges an Einheiten drin. In Ordnung. Ja, hier. Schaut euch das mal an. In Ordnung. Da auch. Jawohl. Wird bestimmt. So. Da ist der Kackhund. So. Aber das soll er mal versuchen. So. Ja, gut. Alles klar. Dann. Ja, sicher. Melde mich nicht mehr. Macht diesen Wissenschaftler kaputt. Jawohl. Das ist schwierig, ja. Ja, sofort. Da ist der Hund. Oh. Sehr gerne. Wird bestimmt. Sprealeinheiten hier. Gut. Äh. Ihr kommt mal bitte hier oben. Mensch. Äh. Ihr kommt jetzt bitte hier hin. Und die Ärzte heilen. So. Sprengladung platziert. Was ist das hier oben? Das ist nichts. Oh man. Leute. Wissenschaftler. Oh. Da ist noch ein... Da sind noch Einheiten. Warum sind da noch Einheiten? Ja. Ach man. Ja. Ist ja gut. Äh. Das wird langsam sauknapp. So. Alles klar. Los. Wieder raus hier. Los. Sehr gerne. So. Ich hoffe dann haben wir es gleich. Melde mich wieder. Wenn nicht dann habe ich ein... In Ordnung. Oh. Die Mammutpanzer, ja. Sehr gerne. In Ordnung. Leute. Dann. Müssen wir direkt noch mal kurz hier rum. Tja. Aber irgendwas hat doch hier den Turm kaputt gemacht. Oh je. Oh je. Das kann knapp werden. Ja. Noch fünf Minuten. Bzw. Zweieinhalb Minuten. Weil hier oben war ich jetzt schon. Äh. Ja. Es ist... Schwierig. So. Dann geht ihr mal bitte an dem Turm vorbei. Und nicht davon abschießen lassen. Nicht davon abschießen lassen. Habe ich gesagt. So. Ja toll. Noch fünf Minuten. Super. Ich weiß dass hier unten eine heftige Szene ist. Aber... Jetzt ist er drauf. So. Los. So. Alles klar Leute. Dann. Würde ich sagen. Probieren wir das nochmal hier mit dem Flammenwerfer. So. Da ist nämlich ein Flammenwerfer. So. Nein. Noch nicht. Lass den Flammenwerfer erst kommen. Genauso. Und ich schüsse da drauf. Oh. Sehr gut. Okay Leute. Ähm. Der Invasor bitte. An den anderen Computer noch dran. So. Die Flammentürme sind weg. Invasor bitte an den PC. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Verdammt. Leute. Das reicht nicht. Oh Gott. Schnell zurück. Jawohl. Wird verarbeitet. Bestimmt. Aber das muss doch reichen. Das muss doch jetzt reichen. Ich war doch schon überall. Ich war hier. Ich war hier. Ich war hier unten. Ich war hier oben. Ja. Äh. Pff. Weiß ich nicht. Jawohl. Wird verarbeitet. Sprengladung. Wird verarbeitet. Sprengladung verziehen. Erwarte Ihre Achtung. Dann hoffe ich jetzt mal, dass wir hier noch durchkommen. In Ordnung. Einheit verloben. So. Leute. Ansonsten weiß ich nicht. Melde mich hier befohlen. So. Was haben wir hier unten? Nein. Kein Arzt. Aha. Mann. So haben wir. Äh. Was ist hier los, Leute? Hä? Ähm. Ähm. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Sorry. Das schafft man doch nicht. Ja gut, dann. Oh Gott. Mach diesen Hund kaputt. Nein. Nicht geschafft. Hä? Ja, äh. Leute. Ähm. Wo muss ich da noch hin? Nutzen Sie Befehlangriff? Ach so. Nee. Okay. Ja. Dann. Bla. Bla. Ich möchte es bitte laden. Verdammt. Nochmal. Wirklich. Das ist so eine Scheiß-Mission, muss ich sagen. Also. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch machen soll. Wirklich. Mach diesen Scheiß-Hund weg. Ah. Jetzt geht der Inversor drauf. Ah. Super. Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Ja, Sir. Versteht dich. Ja, warte. Warte, 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 warte. Hä? Moment. Ich bin gerade ein bisschen. Ah. Hier. Genau. Okay. Mhm. Ja, Sir. Warte, aber... Nicht in den Flammenturm laufen, bitte. So. Und diese Schützen, ne? Gut. Egal. Leute. Gut. Eins und drei. Zwei und vier. So. Wo muss ich denn jetzt noch hin am Ende? Melde mich wie befohlen. Ihr Mechano. Das ist so eine Scheiß-Mission, Leute. Muss ich euch ganz ehrlich mal so sagen. Also, ich weiß nicht, was ich da jetzt noch machen kann am Ende. Wirklich nicht. So, hier unten kommt ja jetzt der... Hier unten kommt doch jetzt der, äh, Turm, ne? Genau. Hier unten kam jetzt der Turm. So. Lass den die Arbeit machen. Gut. Ähm, dann würde ich sagen... Komm. Hol diesen Invasor bitte hier hin. Ja, das ist, äh, schwierig. Schwierig, ja. Gut. Ähm. Natürlich. Gut. Dann hier noch den. So. Heil die bitte. Alles klar. Gut. Da kommen nämlich manchmal Meniken raus, wie ihr seht. So. Gut. Ähm. Dann würde ich sagen... Geh erstmal hier hin, bitte. Oder? Dann, äh... In Ordnung. Äh. In Ordnung. Ja, geht erstmal hier hin. In Ordnung. Wird richtig. Und hier. So. Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier runter dann. Einheit verlor. Oh, dieser... In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Einheit verlor. Ja, das kann ich mich schon wieder nicht verteidigen. Ach, verdammt. Nochmal. Das ist so eine Kack-Mission. Oh, wirklich. Einsatz geladen. Ja, das besteht. Was soll ich hier machen? Sehr gern. So, jetzt. Ja, Sir. Ja, dieser blöde Hund wieder. Einheit verlor. Ja, toll. Können wir nochmal laden. Scheiße. Oh Mann, ja. Im Moment hänge ich tatsächlich bei Kummer und Konkur. Einsatz geladen. Das ist, äh, ja. Bereit zum Ein. Jawohl. Das ist sehr lustig, muss ich sagen. Ne, eigentlich finde ich das nicht lustig, weil eure Zeit da flöten geht, aber... Was soll ich da machen? Jetzt rennt er wieder in den Flammenturm. Meine Fische, ey. Jetzt sammelt euch bitte da. Mann. Boah. Meine Güte. Das ist heftig, ja. So, gut. Dann geht bitte hier runter. Schöner Helmarsch im Hintern runter. Das muss doch jetzt klappen, Mensch. So. Nullte. Äh. So. Meine Güte. So. Jetzt kommt da dieser Turm. Hier unten. Genau, der macht alles im Arsch. So. Okay. Oh, 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 oh. Was machen die denn hier? Jawohl. Oh mein Gott. Okay. Oh. Ja, in dieser Folge schaffen wir tatsächlich nur diese Inside-Mission hier. Das ist wirklich, äh... Ja. Das ist so. Also... So. Batz. Weg damit. So. Gut. Ähm. Dann. Diesmal aber bitte ohne, ähm... Ohne Verluste hier, ja. Ja. So. Alle drauf. Los. Alle bitte. So. Hier auch alle drauf. So. Los. Ach du Heilige. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Gut. Ich weiß da, dass hier oben noch was ist, ne? Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal hier runter. So. Leute. Ähm. Ja. So. Leute. Ach du Scheiße, ey. Das ist wirklich heftig. So. Aber ich glaube, die... Die ignorieren uns. Äh. Bitte was? Ich dachte, die ignorieren uns. Okay. Ah. Nochmal laden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist... Das ist ne... Das ist ne Mission. Ich sag es euch, Leute. Wirklich. Knall diesen Hund ab. Invasor, geh bitte hier unten hin. Ja, Sir. Das ist ne Kack-Mission. Das ist wirklich ne Drecks-Mission. Leute. Ja. Ran durch den Flammenturm. So. Das macht ihn schon mal kaputt. Los. Wir müssen die Zeit jetzt irgendwie besser nutzen. Steht wohl. Bestätig. So. Mein Gott. Ich dachte, die ignorieren uns da. Okay. Na gut. Dann hab ich da falsch gedacht. Schalt schneller, bitte. Ja, Sir. Ihr Mechanobot bestätigt. So, Leute. Ja, Sir. Erwart ihre Anfänger. Melde mich wie befohlen. Die sind alle Team 1. Ja, Leute. Da muss ich... Da bin ich jetzt tatsächlich am hängen. So. Das ist ne Drecks-Mission. Ja, Sir. Dieser Turm kommt. Alles klar. Hier oben ist noch ne Patrouille. Da ist der Hund. So. Direkt weg mit dem. So. So. Dann hier. Und hier hin. So. Leute. Macht den kaputt. Alle bitte. So. Meine Fresse. So. 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 Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein erst mal. Und ich hoffe, dann haben wir das gleich, weil das ist ne richtige Drecks-Mission. So. Ich würd sagen, das speicher ich erst mal. Äh. Hallo? Äh. Was? Spiel speichern, bitte. Hallo? Mission 13. So. Alles klar. Gut. Ähm. So. Hier sind jetzt noch Einheiten drin. Ach. Ein Verlust. Alles in Ordnung. Ein Verlust ist okay. So. Jetzt kommt gleich noch ein Hund. Genau. Und der Invasor, der kann bitte hier stehen bleiben. Oh nein. Oh nein. Da steht noch einer. Ich hab's doch bewusst. So. So. Alles klar. Dann. Ja, ich muss schnell machen. Ich muss hier schnell machen. Ich merk das schon. So. Mach den kaputt. Oh. Noch einer. Das kann doch nicht wahr sein. Wirklich. Ich hab jetzt noch drei Einheiten. Noch zehn Minuten. Noch zehn Minuten. Verlust mal. So. Mälde mich in Ordnung. Mälde mich in Ordnung. Mach einmal kurz hier durch. Oh. Oh Mann. Oh Mann. So. Gut. Dann können wir jetzt, äh, nochmal hier runter gehen. Dann können wir jetzt bitte, bitte hoffentlich diese Mission beenden. Mann, 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 ey. Wirklich. An diesem Turm dann noch vorbei und dann hier hin und dann müsste das doch gewesen sein. Weil ich war an allen Computern. Wie gesagt, komm du mal bitte nach vorne. So. Alles klar. Leute. Okay. Dann hoffe ich mal, dass wir das jetzt wirklich noch schaffen, weil dann ist auch gleich die Folge vorbei und ich möchte bitte ein bisschen Fortschritt haben. Sehr gern. Nein, die gehen schon wieder zu nah dran. So. Leute. Lass den Raketenwerfer in Ruhe. Mälde mich in Ordnung. So. Leute. Und, ähm, ja, hier, so. Hier kommt jetzt der Flammenwerfer. Jawohl. So. Da ist der Flammenwerfer. Jawohl. So. Sehr, sehr gut. So. Watz, watz. So. Leute. Mälde mich in Ordnung. Dann. Ja. Bestimmt. Haben wir hier jetzt noch Einheiten oder was? Gegnerische? Nein, aber nicht. Okay, gut. Dann geht ihr bitte direkt da hin. So. Dann zurück. Hm. Reparieren. Okay. Dann schnell zurück. So. Boah. Meine Güte. Muss ich jetzt wirklich nur nach hier hin, ja? Wird bestimmen. Steht der gern. Ich würde sagen, ich speichere das Ding nochmal. So. Weil ich möchte das irgendwie schaffen. Ich, ich, ich musste schaffen. Nur noch das hier und dann hier runter, glaube ich. So. Ach du Heilige, was sind das denn für Leute da? Okay. Ne, das sind nur Patrouillen, alles klar. Sprengladung platziert. Es ist noch nicht vorbei. Oh Mann. Verdammt ey. Wirklich. Das ist scheiße. Fünf Minuten, ja. So. Mach den kaputt. So. Ärzte bitte heilen. Schneller. So. So. Den kaputt machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Leute. Ähm. Wie? Funktioniert das jetzt hier? So. Da ist noch eine Patrouille. Da ist noch eine Patrouille. Ich hab doch keine Zeit für so einen Mist. Wirklich. So, Leute. Ähm. Gut. Oh. Krankenwagen. Ja, natürlich. Nein, warum? Warum was so? Warum? Warum? Oh, Krankenwagen. Warum bewegen die sich da? Einsatz geladen. Ja, super. Toll. Wirklich. Ey, das ist so scheiße. So eine schwierige Mission. Ich weiß nicht, was das soll hier. Besteht in Ordnung. Ja, dann lauf einfach direkt dahin und zieh die Patrouillen irgendwie auf dich oder so. Verdammt nochmal. Oh, ja, natürlich. Nochmal laden. Mann, 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 Mann. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich lese mir nochmal die Mission. Entkommen Sie bevor... Nervengas einsetzt. Die Explosionen sollten die Anlage zerstören. Ja, toll. Super, wirklich. Äh. Das ist shit, Leute. Es tut mir leid, wenn wir in diesem Part keine Fortschritte haben. Aber das ist irgendwie richtig knackig hier. Das muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Also, das ist nicht schön. Wirklich nicht. Dann macht die kaputt. Los. Ich muss da irgendwie hinkommen, Leute. Ja, genau. Aber wie soll ich denn da hinkommen, ohne dass die sich da in Bewegung setzen? Ich muss doch irgendwie diesen Hund da kaputt machen. So, speichern nochmal. So. Bitte speicher das. So. Wie? Ah, ich glaube, ich muss erst hier hin. Oder was? Nö. Die, äh, nö. Die attackieren uns. Dann, äh, verstehe ich da irgendwas nicht. Moment. Dann verstehe ich da irgendwas nicht. Ja, die Zeit ist auch gleich voll. Ja, Sir. Ich kann mich denen nicht nähern. Achtung, noch vier Minuten. Ja, Sir. Oder doch? Mach diesen Hund kaputt. Jawohl. Doch, kann ich. Okay. Sehr gut, Leute. Dann schickt die bitte dahin. Willst die in Ordnung. Lass die bitte die Patrouille in den Arsch machen. So. Haben wir es jetzt. Oh. Oh, geil. Okay. Und jetzt? Okay. Achtung. Ja, Sir. Melde mich auf Ihre Befehle. Jetzt Arzt, heil den schneller, Mann. So. Ich glaube. Melde mich auf Ihre Befehle. Boah, den haben wir. Okay. Boah, gut. Aber hier ist nichts mehr, Leute. Oder ist hier noch ein Dings? Ja, Sir. Sofort. In Ordnung. Ist hier noch was? Ja, Sir. In Ordnung. Ist noch eine Einheit? Ja, Sir. Versteht. In Ordnung. Boah, das muss es doch jetzt wirklich gewesen sein, Leute. Bitte. Was ist das? Wird bearbeitet. Sprengladung platziert. Warum nicht? Wird bearbeitet. Ah, da noch. Schafft ihr das? Invasoren? Das schafft ihr, oder? Ja, Sir. In Ordnung. Leute. Kommt, bewegt euch schneller. Oh mein Gott. Was ist das für eine Mission? Achtung. Noch eine Minute. Ja, stimmt. Ich musste mit einem Invasor noch dahin. Ja, ja, genau. Leute, bitte. Lass es das sein. Wenn es der jetzt nicht ist, ne? Dann weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Wirklich nicht. Sprengladung platziert. Melde mich in Ordnung. Melde mich in Ordnung. Melde mich in Ordnung. Melde mich in Ordnung. Nein! Aber warum denn? Einsatz findet schon. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, Leute. Es tut mir leid, aber das verstehe ich jetzt nicht. Ähm. Ich mache die Folge fünf Minuten länger, weil... Hä? Warum nicht? Was trägert da nicht, Leute? Einsatz klar. Was trägert da nicht? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. So. Mach du mal bitte schnell hier diesen Computer. Oh Mann, ein... Einer. Euer Ernst? Ja, toll. Jetzt haben die sich in Bewegung gesetzt und... Jetzt haben die... Ja, ja, kommt. Ach, Mann, Mann, Mann. Was ist das für eine Mission? Ich will das jetzt noch rausfinden, was da noch fehlt. Was fehlt bei dem Mist? Ne, erstmal nur einen. So, den Hund bitte. So. Okay. Dann die Patrouille. So. Invasor, gehen wir bitte hier hoch. Ich weiß nicht, was da jetzt noch fehlt, tatsächlich. Was fehlt da noch? Ja, der ist kaputt. Ja, der ist kaputt. Gut. Das aktiviert nämlich hier unten diese Tonne. Ah, super. Toll. Ist der andere Invasor hier? Ja, der ist hier. Okay. Okay, dann geh du mal da hoch, weil irgendwas muss da noch sein. Welde mich wie er vorstellt. Mach den kaputt. Verdammt nochmal. Was ist da noch für ein Computer? Wir haben die Ordnung. Welde mich wie befohlen. Was ist da noch für ein Computer, Leute? Ich verstehe das nicht. Wird verarbeitet. Was ist da noch für ein Computer? Noch zwei. Versteht er wohl. Sofort. Versteht er. So, dann mach den kaputt. Versteht er. Hier ist sie. Oh, toll. Da steht natürlich noch einer, ne? Ach, Mann, ey, Leute. Das ist so eine... Scheiß-Mission, wirklich. So. Hier oben haben wir auch noch einen. Da stehen aber doch nur Mammutpanzer. Ich verstehe es nicht. Ja, Sir. Versteht er. Ich verstehe nicht, was das soll, Leute. Was ist das? Das schaffe ich nicht, ne? Die sind so langsam. Oh, Leute. Ich muss nochmal laden. Ei, ei, ei. Was? Was? Was ist das? Was? Was fehlt da noch? Gut. Dann macht ihr jetzt bitte hier diesen Hund kaputt. Der eine Invasor kann schon mal hier hin. Jetzt... Warum... ...bewegen die sich? Warum bewegen die sich? Was soll das? Leute. Helft mir. Ich bin gerade voll im Dunkel. Was soll das? So. Warum bewegen die sich schon? So. Mach diesen Hund kaputt. Nein, nicht da unten. Diese KI ist so dumm. Wirklich. Alter Schwede. Okay, ja, die... Keine Ahnung. Also, das ist eine Mission... Ich weiß nicht, was da noch fehlt. Ganz ehrlich. So, gut. Leute. Jetzt macht das bitte vernünftig. So. Nicht da unten herlaufen. Verdammt nochmal. Der eine Invasor kann bitte hier unten hin. So. Ähm, ja. Alles klar. Machen die die Patrouillen im Arsch? So. So. Melde mich wie befohlen. Sofort. Ja, Sir. Oder Moment. Nö. Sofort. Ja, Sir. Mach den kaputt, doch. So. Ähm, dann... Dieser Invasor hier... ...bitte hier oben hin. Vielleicht ist da noch was. So. Ach. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay. In Ordnung. Wird verarbeitet. So. Währenddessen... Während der da hinläuft... In Ordnung. Macht ihr jetzt bitte diese hier kaputt. So, verdammt. Ist hier noch einer? Nein, hier ist keiner mehr. Zwei Minuten, ey. Verdammt nochmal. Jetzt hat er sich über den Haufen ballern lassen, ne? Nö. Muss ich nochmal laden. Och Mann, Leute. Vielleicht wird diese Folge 40 Minuten lang. Muss ich gucken. Also. Ich will diese Mission auf jeden Fall in dieser Folge noch... ...schaffen. Was ist das für ein Scheiß? Wirklich. Der rennt immer an den Männigen vorbei, ne? Ich muss die hier eigentlich direkt losschicken. Aber ich kann doch nicht alles machen, verdammt nochmal. So. Den einen Invasor, bitte. Mach diese Patrouille im Arsch. So. Leute. Ja. Wie weit kann der schießen? In Ordnung. So. Verdammt nochmal. So. Der Invasor ist hier. Guck da bitte nochmal. Was ist da? Die beiden kriegen den auch kaputt. So. Gut. Wo ist der Invasor? Hier ist der Invasor. Ist da oben noch was? Sehr gern. Jawohl. Das muss hier sein, weil ansonsten muss ich das echt wirklich offline rausfinden. Gut. Die haben den. Ja, Sir. Hier oben ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Was soll das? Das verstehe ich wirklich nicht. Hier ist nichts mehr. Ja, Sir. Wird bearbeitet. Besteht ihr sofort? Hier ist nichts mehr. Oh, Leute. Was fehlt denn hier noch? Verstehe ich nicht. Ich bin gerade ganz ehrlich überfragt. Ja, Sir. Besteht ihr. Achtung. Noch eine Minute. Sofort. Was? Ja, toll. Dummer Flammenturm. Ey, wirklich. Das ist der letzte Computer, der hier ist. Ich verstehe es nicht. Sprengladung. Ja, es wird bearbeitet. Warum? Was soll das? Ich check's nicht. Ich check's echt nicht. Was soll das? Ich check's nicht. Leute, es tut mir leid. Ich verstehe das nicht. Spiel laden. Einmal will ich das jetzt noch versuchen. So, ich werde jetzt einmal analysieren. So. Ich muss einmal analysieren, wo ich alles war. Ich werde das gleich... Ist hier vielleicht noch was? So, das habe ich aktiviert. Das habe ich aktiviert. Ich habe doch alles aktiviert hier. Verdammte Scheiße. Wirklich. Also was? Ich weiß nicht, was das soll. Es tut mir leid. Irgendwas triggert da nicht. So, die Patrouille ist schon mal automatisch weg. Das ist schon mal gut. Der eine, der kann mal den Hund platt machen. Die helfen die da nicht. Das sind so Assis. So. Was ist hier falsch? Leute, was ist hier falsch? Ich check's nicht. So. Der General wieder. Ja, ja. Der macht ja eh nix. Ne? Also irgendwas ist hier noch falsch. Wird verarbeitet. Bestätigt. So, ne. Der kann eigentlich direkt da unten hingehen. Wird verarbeitet. Der kann eigentlich direkt hier unten hingehen. Ja, Sir. Melde mich hier empfohlen. Achtung. Noch zwei hin. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es echt nicht. Was soll hier noch sein? Hier war ich. Hier war ich. So. Ich war hier schon überall. Hier war ich auch. Besteht er in Ordnung. Sprengladung platziert. Ja, Sir. So. Dann geht der jetzt noch bitte dahin. Besteht, Sir. Besteht ihn bereit zu beordern. Ansonsten ist hier nichts mehr. Ich weiß nicht, was da noch... Sprengladung platziert. So. Ich platziere jede Menge Sprengladungen. Besteht ihn bereit zu beordern. Okay. Jetzt auf einmal. Hä? Hä? Okay. Oh mein Gott. Hä? Hä? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Sorry. Okay. Alles klar, Leute. Gezielte Sprengung. Alter. Gut. Das war eine Mission eh wirklich. Moine Frosse. Gut, aber die nächste Mission ist die letzte. Leute. Sehr, sehr geil. Gut, dann würde ich sagen... Meine Güte. Das war jetzt gerade echt krass. Gut, Bonusgalerie noch kurz. Eine radikale Fundgrube im Inneren. VHS verschiedener Videosequenzen der Sowjets und der Alliierten am 3. Januar 2019 in einem Lagerschrank bei Electronic Arts in Los Angeles entdeckt. Okay. Gut. Meine Fresse, Leute. Alles klar. Wir haben die Mission endlich. Und ja. Keine Reue. Okay. Das ist die letzte Mission, Leute. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne trotzdem ein Like oder Abo. Würde mich sehr freuen. Und ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschü-tchü. Tschü-tchü. Vielen Dank.